Im ersten Video dieser Lektion erfolgt eine Einordnung des Klimawandels in den gesamtgesellschaftlichen Kontext. Einen ersten wichtigen Meilenstein im Zusammenhang mit dem Klimaschutz, der Anerkennung des anthropogenen Klimawandels, stellt der Beschluss der Klimarahmenkonvention, der United Nations Framework Convention on Climate Change, kurz UNFCCC, als globales Klimaschutzabkommen im Jahr 1992 dar. Ziel der Klimarahmenkonvention ist es, die Treibhausgaskonzentrationen so zu stabilisieren, dass eine gefährliche, vom Menschen verursachte Störung des Klimasystems verhindert wird. Die globale Erwärmung soll verlangsamt, sowie ihre Folgen gemildert werden. Somit ist der Klimaschutz ein wichtiger Grundsatz, der jetzigen und zukünftigen Generationen dienen soll. Die Rahmenkonvention wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Rio de Janeiro von insgesamt 154 Staaten unterschrieben. Seitdem treffen sich die Vertragspartner der Konvention jährlich zu Konferenzen, den UN-Klimakonferenzen, auch bekannt als Weltklimagipfel, um sich auf konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz zu einigen. Bis heute haben 197 Vertragsparteien inklusive der EU die Klimarahmenkonvention ratifiziert und damit die völkerrechtliche Basis für einen weltweiten Klimaschutz geschaffen. Ein wichtiger Weltklimagipfel fand 1997 in Kyoto statt. Hier wurde das bekannte Kyoto-Protokoll beschlossen, mit dem die Staatengemeinschaft erstmals eine rechtlich bindende Begrenzung des Ausstoßes von Treibhausgasen in einem völkerrechtlichen Vertrag verankert hat. Das Kyoto-Protokoll und seine Umsetzungsregeln von Marrakesch traten allerdings erst im Jahr 2005 in Kraft, als die 55 Staaten das Protokoll ratifizierten, die 1990 für mindestens 55 Prozent der Emissionen der Industriestaaten verantwortlich waren. Ziel der ersten Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls von 2008 bis 2012 war es, dass die im sogenannten Annex B des Protokolls verzeichneten Industriestaaten ihre Treibhausgasemissionen um insgesamt 5,2 Prozent gegenüber den Emissionen des Jahres 1990 senken. Im Jahr 2012 konnte dann eine Einigung auf eine zweite Verpflichtungsperiode von 2013 bis 2020 für die Fortführung des Kyoto-Protokolls erreicht werden. Ein sehr wichtiger Meilenstein war dann das Jahr 2015. Hier einigten sich die Vertragsstaaten auf der Pariser Klimakonferenz, der COP21, auf das sogenannte Paris Agreement, das unter der Klimarahmenkonvention angesiedelt ist. Der Gegenstand des Paris Agreement ist die Einigung auf völkerrechtlich verbindliche Ziele, und zwar hier die Begrenzung des Anstiegs der globalen Mitteltemperatur auf deutlich unter 2 Grad, und zwar gegenüber dem vorindustriellen Temperaturniveau. Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg sogar unter 1,5 Grad zu halten. Das große, ambitionierte Ziel ist es, dass in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts die Welt treibhausgasneutral ist. Dabei zieht das Paris Agreement alle Staaten gleichermaßen ein. Der Stand ihrer wirtschaftlichen Entwicklung ist jedoch mit unterschiedlichen Pflichten verbunden. Die Industrieländer verpflichten sich dabei, die Entwicklungsländer beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Das Paris Agreement trat im Jahr 2016 formell in Kraft. Seit dem Jahr 2020 sollen alle fünf Jahre neue, ambitionierte Klimaschutzbeiträge durch die Staaten vorgelegt werden. Der gemeinsame Fortschritt soll regelmäßig überprüft werden. Die Frage ist, wo stehen wir heute? Im Jahr 2021? Wir befinden uns mitten in der globalen Covid-19-Pandemie. Aber der Klimawandel ist dadurch nicht verschwunden. Wenn vielleicht doch in manchen Köpfen gerade wieder etwas weniger präsent als noch vor zwei bzw. drei Jahren. Als mit den Aktionen einer damals 15-jährigen Klimaschutzaktivistin plötzlich Bewegung in die Debatten und vor allem in die Wahrnehmung des Klimawandels in der Gesellschaft kam. Es entwickelte sich die soziale Bewegung Fridays for Future, ausgehend von Schülerinnen und Studierenden. Und immer mehr Menschen schlossen sich an. Aber wie wird es weitergehen? Wird es uns gelingen, gestärkt aus der Pandemie hervorzugehen und dabei den Klimawandel als ein wichtiges Phänomen des 21. Jahrhunderts als gemeinsame Aufgabe ernsthaft in den Fokus zu rücken? Wollen wir den Kampf gegen den Klimawandel ernsthaft führen, so werden wir nicht um tiefgreifende Transformationen der Gesellschaft herumkommen. Wir müssen daran arbeiten, die Treibhausgasemissionen stark zu reduzieren und global gesehen eine Klimaneutralität anzustreben. Um dies zu erreichen, muss ein Umdenken stattfinden. Im Fokus stehen natürlich die Energieproduktion und auch der Energieverbrauch. Aber allein im Energiesektor können die Herausforderungen nicht gelöst werden. Es ist wichtig, verschiedene Transformationspfade mitzudenken. Dazu gehört insbesondere, dass wir zu einer gerechteren Ausgestaltung unserer Gesellschaft kommen und Krisen nicht losgelöst betrachten, sondern in einen Gesamtkontext einordnen. Dafür müssen sich Strukturen ändern. Wie dies gelingen kann, wird vor allem im Zusammenhang mit sozial-ökologischen Transformationen diskutiert. Wichtig ist, dass wir globale Umweltveränderungen wie den Klimawandel als eine gesellschaftliche Gemeinschaftsaufgabe anerkennen. Das erfordert, wie bereits gesagt, ein Umdenken, ein neues Denken und vor allem neues Handeln, ausgerichtet am Gemeinwohl. Dass dies nicht von heute auf morgen und ohne Konflikte ablaufen kann, ist selbstverständlich. Es wird immer wieder darum gehen, Dinge auszuhandeln. Es wird darum gehen, in Netzwerken zu arbeiten und neue Kooperationen einzugehen. Wobei die Gesellschaft jeder Einzelne eine wichtige Rolle spielen kann und sollte. Dies sind wichtige Schritte, die wir gehen müssen, wenn wir unsere Welt global und lokal nachhaltiger machen wollen. Im folgenden Video möchte ich näher darauf eingehen, und zwar insbesondere, welche Rahmenbedingungen dafür geschaffen wurden.